Hallo und guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich sitze hier in meiner Videobooth, in meiner Videokabine und heute werde ich auch wieder im Verlauf des Tages jede Menge Videokonferenzen haben und ich bin der festen Überzeugung, dass Videokonferenzen, ja, die sollen auch Spaß machen und die müssen einen gewissen Kick haben, damit die Menschen, die da mit drin sind, auch am Ball bleiben. Die Frage ist, was macht ihr, um eure Videokonferenzen einzigartig zu machen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu aktivieren, virtuell und es gibt schon viele tolle Geschichten und die werden wir hier sammeln, ich bin gespannt.